Fällt mir auf, dass du dich jetzt mal reinlässt, ich bin ja richtig, deswegen lache ich jetzt zu übeln. Es sind keine transpiratorische Spielungen, die sich vielleicht nach 50 Stunden weiter. Hast du diesen Text gefühlt? No, hast du nicht. Transpiratorisch, das war ja ein Brennbuch. Ja. Das ist ein Konflikt von Rotten. Ja, jetzt sind wir da. Aber ich muss dir alles sagen. Das ist super. Ich bin immer wieder zu mir geworden. Ach, jetzt. Kommt hier eigentlich schön mal rein, weil du ja wirst mein Papa. Ja, ich bin immer wieder zu mir geworden. Ich bin immer wieder zu mir geworden. Du hast ein bisschen größer. Du hast ein bisschen größer. Ich bin immer wieder zu mir geworden. So. Hast du eine Porto-Spannung? Ja, eine Menge. Ja, das ist ein Porto. Ich habe nicht zwei Porto. Na gut, wir kennen hier. Oder? Ja. Wewe. Wewe. Vielleicht eine Rhythmische Mission. Ja, aber schon. Ja, hast du nicht? Ja, das ist ein bisschen größer. Aber jetzt wird es richtig krass. Denn dieser langen Ullatsch, wie er da steht, 72 Kilo. Das ist übrigens ein wirkliches Kilo. Stellt euch das mal vor, dieser Winzling wird wirklich zweitens bedenken, sonst fällt er dann nackt. Er fällt der nackt, richtig? Ich bleibe da häufig zu stehen. Also wir werden jetzt miteinander jonglieren, wenn das nie klappt. Was? Mann, er hat 41 Kilo, jetzt lass ihn in Ruhe. Wir machen das jetzt, weil die Gänzerinnen und anderen sagen, ich kriege schon in den Pucke. Nein, den Lägen von 30 Kilo. Auf! Auf! Ritt mich 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 auf! Ritt mich! Und jetzt noch von mir ganz schnell einen Schüttelreim. Im Volga-Lock die Studieröhr bei Sie, das Jogges ruht der Stadt.